Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6508 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Nach diesem Urlaub möchte ich meine Mutter besuchen. Ich habe sie seit fünf Jahren nicht gesehen. Nach diesem Urlaub möchte ich meine Mutter besuchen. Ich habe sie seit fünf Jahren nicht gesehen. Hast du die schwarze Tasse schon gesäubert? Hast du die schwarze Tasse schon gesäubert? Hast du die schwarze Tasse schon gesäubert? Meine Koffer sind weg. Sie wurden gestohlen. Was soll ich jetzt tun? Meine Koffer sind weg. Sie wurden gestohlen. Was soll ich jetzt tun? Meine Koffer sind weg. Sie wurden gestohlen. Was soll ich jetzt tun? In meiner Freizeit beobachte ich die Leute, die vorbeigehen, und zeichne sie. In meiner Freizeit beobachte ich die Leute, die vorbeigehen, und zeichne sie. Was für einen Tee trinkst du morgens am liebsten? Was für einen Tee trinkst du morgens am liebsten? Was für einen Tee trinkst du morgens am liebsten? Ich möchte in Zukunft viele chemische Probleme lösen. Mal sehen, ob das klappt. Ich möchte in Zukunft viele chemische Probleme lösen. Mal sehen, ob das klappt. Ich möchte in Zukunft viele chemische Probleme lösen. Mal sehen, ob das klappt. Wir arbeiten hier alle sehr hart, um unsere Ziele zu erreichen, aber es macht auch Spaß, wenn man das Ergebnis sieht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. saturated Kopf blinken und beobachten! Ich hoffe, wir werden den rocken, Aber jetzt schon wieder abgek collective,